Klar, deshalb haben wir es aus Wood's Perspektive gespielt. Er hat es erzählt. So, das heißt, ein Hudson ist der Maulwurf. Kann ich den nicht einfach erschießen? Ne, leider nicht. Wieso ist der Typ jetzt trotzdem tot? Ah, hier scheint aber auch nicht mehr wirklich was zu sein. Nein. Ich kann nicht auf ihn schießen. Das gibt's doch nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ne AK-47. Ey, ist die weg? Hey, hey, hey. Da ist die AK. Warum visiert der den nicht an? Oh, shit. Wow. Wir laufen einfach durch. Das scheint ja extrem gut zu funktionieren. Ich weiß zwar nicht warum, aber na gut. Ich wollte gerade die Granate zurückwerfen, aber da war es schon zu spät. Oh, ah, was war das jetzt? Was war das? Wow. Was schießen die da? Mason, lass mich mal in Ruhe. Wieso ich da in Ruhe die Leute erschießen, wenn du die ganze Zeit nervst? Wow. Das lässt mich mit RPGs doch... Wow. Ach, der lebt noch Scheiße Ah, war die Tür vorher auch schon offen? Wenigstens haben wir neue Munition Ey Hab eigentlich versucht die Waffe zu wechseln, aber das ging wohl nicht Warum stirbt der denn nicht? Ach, verdammt nochmal Okay Okay Ich will den erschießen Hudson, es ist Mason, wir sind fast auf der Checkpoint Ein paar mehr Blöcke Hudson Dammit Ich weiß nicht, was da ist, ich bin in Comswoods Ah, Intel Don't sweat it Mason, Tessa is always screwing up Shhh, do you hear that? Okay Help Wir hätten wahrscheinlich nicht helfen müssen Glück gehabt Shit Shit Gary Ager's running I can't have that Let's go, yeah Let's go Let's go Yeah We're in front Hm Hm Ja, ich würde jetzt nicht Okay Ja, nicht viel Zeit, würde ich mal sagen Habe ich den etwa angeschossen, war das... Okay Ja Ja Hm Ich will nicht Fuck They went into the building 012, immediate client request West sector Barking target was thrown From this point on You don't even fucking breathe Unless we say it's okay Ha 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 Go to hell Roll Oh Hell We've already been Move, gunship strike inbound Oh shit Come on, move Woah Okay Da ist Mason nicht gestorben Woah Dann haben wir eben ein Info gefunden, dann wird jetzt bestimmt nicht nochmal eins zu schnell auftauchen Okay Ist das der Punkt? Hudson Hudson Where the hell have you been? Are you at the checkpoint? Sirs, your transportation is ready This way sir Do you still have the precious cargo? Yes Who the hell is Nexus target? What's more important than objective false profit? Grinst der? You have to trust me, Mason You have to Super idiot I may have questioned orders But I never questioned motives You take care of your unit You get your guys home safe Roger that, Frank That's not how it is Janikam, it's fucked I'm a soldier I take orders I get shit done I get shit done Woods In your position They're moving to the roof of the south building Okay, south of the west building have to clear our west port Fucking comms This way everything is ready Ah Das wird nicht gut ausgehen No one must know I betrayed him Him? Hudson, who is Nexus target? Hudson! It's him Woods Nexus target is Raul Menendez You should have told us Hudson You should have told us We are ready Bring him out They're bringing the son of a bitch out Ach so, dahinten End this now, Woods Shoot him in the fucking head Now Oh Müsst ihr ihm wirklich in den Kopf schießen? Familientreffen Es gibt mehr als eine Zukunft Aha Haben wir jetzt die Zukunft verändert, weil wir ihm nicht in den Kopf geschossen haben? Nein! Oh shit! Ah, Scheiße! Hoods lebt noch, das wissen wir. Ah! Haben wir jetzt am meisten wirklich getötet? Scheiße! Der Bärchen muss ich stelle auch ziemlich sauer. Oh Mann! Oh das ruckelt ja ekelhaft! Oh Mann! 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 Falscher Profit! Oh Mann! Oh Mann! Puh, aha, Menendez hat es nicht komplett geschafft, Woods zu manipulieren, weil wir Mason nicht in den Kopf geschossen haben, oder was ist damit gemeint, und die strategische Verteidigungskoalition ist verletzlich, aha. Na, was das bedeutet, werden wir wahrscheinlich bald herausfinden, aber nicht mehr in diesem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.